Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt ist wieder Zeit, aus dem Fenstersims oder aus dem Balkon einen prächtig blühenden Vorgarten zu machen. Mit Geranien zum Beispiel. Für die richtige Wahl von Geranien ist eine Frage besonders wichtig, nämlich ob der Standort sonnig, halbschattig oder schattig ist. Welchen Standort die einzelnen Geranien sollten brauchen und noch viel mehr erfahren Sie aus diesen Stecketiketten bei jedem Coop Geranienangebot. Das ist eine Konsumenteninformation, die Ihnen in diesem Umfang nur Coop bietet. Jetzt gibt es bei Coop ebenfalls schöne Betonien, die sich mit den Geranien gut kombinieren lassen. Oder? Auch ganz hübsch. Hängenägele. Coop hat alles, damit Ihre Balkonpflanzen richtig wachsen können. Die bewährten Blumenkisten aus Fulgurit in allen Grössen und die Holaflor Blumenerden mit den nötigen Nährstoffen. Die Nährstoffreserven sollten Sie ein- bis zweimal pro Woche ergänzen mit Holaflor-Flüssigdünger. Dann, gerade speziell für Balkonblumen, ist es wichtig, dass Sie viel Nahrung bekommen, wenn Sie einen ganzen Sommer überblühen sollten. Dann lösen Sie also das Düngerkonzentrat immer im Wasser auf und nie die trochene Erde düngen. Alle die schönen Blumen und was Sie dazu nötig haben, gibt es jetzt in allen grösseren Coop-Verkaufstellen. Auf Wiedersehen miteinander, bis am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Hunde- und Katzennahrung besonders günstig. Ein Pack Matzinger statt 3,50 nur 2,70 und ein Pack Frohlig statt 4,95 nur 4,25. Und eine Dose Cat statt 1,20 nur 95, eine Dose Dog statt 1,10 nur 85. Zwei Gläser Midi-Gurken statt 2,90 nur 2,30. Ein Becher Spiesquark statt 75 nur 55 und ein Becher Rahmquark statt 95 nur 75. 225 Gramm Bärnidlkäse statt 3,30 nur 2,60. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 2 Liter Happy Day Orangensaft zum einmaligen Preis von 1,50. Da lohnt sich ein Vorrat. Der Sommer ist lang. Und als aktueller Preisschlager finden Sie bei Coop ein paar Damenstützstrumpfhosen Relax je nach Grösse für 94 bis 95. Alle diese Angebote ab morgen in allen Coop-Verkaufstellen. Auf Wiedersehen.